guten tag wertes volk und gerücht ja ich habe die noch nicht abgeschickt ich habe leider keine bildschirm haben aber ihr könnt mir glauben ich bin gerade in die kamera beim laptop ja das war's okay gehen wir kurz hier rein ich habe den text noch raus kopiert und der bildschirmame könnte jetzt was hin das was geschrieben wurde ist nicht noch mal vor aber ich gehe jetzt langsam durch damit ihr das bei bedarf lesen können wir werden das bestimmt vor eine minute geschafft haben die werde gehackt und die hacker sind die dumm band der wo er auf jedem video was sagen hört man ist das war keine frage damit die antworten aber ja habt ihr gemerkt somit so lange ist jetzt die aufnahme beendet und freuen auch am telefonat mit du ist das telefonat beendet worden wo ich hier diese app geöffnet 25 60 euro über 60 euro für 500 m wird die gar nicht funktioniert